Ey, das ist immer zu knapp bei mir. Du musst so wie wie's wie einfach wie's. Ja, wie hat die... Ne, wie hat die mehr Spaß? Schutschelt. Das war dein Fängnis. Ey, guck mal. Ach, meine Schulter! Do you have you? Nein! Ich kann mich noch erinnern, wo ihr eine richtige Ansammlung von Spinnen hatten. Ganz nächster. Wir haben eine richtig lange Ansammlung von Spinnen. Ja, komm hier! Ja, das meinst du, die sind immer mehr davon. Jetzt kannst du... Wieso ist das ein Punkt eigentlich so behindert? Ach, gemacht worden. Ey, ach so! Und ich hab auch gedacht, dass man da rumspielen kann. Das war nicht... Okay, das mit Maiko haben wir gemacht. Hä? Oh, man braucht Maiko. Also irgendwo hinten ist Maiko. So, jetzt bin ich zufrieden. Wo haben wir die zweite Herde? Ich muss da irgendwo da um gewesen sein, aber wo war Maiko? Ja, stimmt. Den Maiko bringt mich halt rum. Ja? Vielleicht nicht Maiko? Ja, dann versuch Maiko zu holen. Okay. Maiko ist nicht da. Oder 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 oder. Wo ist Maiko? Hm. Jetzt müssen wir mal zu holen oder was? Was ist wirklich die erste Münze? Der ganz oben? Müsste sein. Aber wir haben die zweite... Uns fehlt ja nur die dritte. Also das sind Maiko dann. Wir können auch die Partner gucken. Ich glaube, wenn ich gegen Gewinn kriegt doch was. Vielleicht krieg ich meinst du kannst das Panzer. Ja, natürlich. Die kommen ja auch noch. Ich habe den neuen Gefolgt. Ich brauche Maiko, ich brauche Maiko, ich brauche Maiko. So. Kannst du auch versuchen, wie wir wollen. Okay, aber du musst jetzt mal hier ähm... Moment machen. Und also... Du meinst du auch, wie wir wollen versuchen? Ja, wir können auch nehmen. Ich bin vertraut an den Smiths. Du hast es zu Wort. Du hast es zu Wort. Jetzt. Du kannst du noch weitermachen. Das ist nicht schlimm. Hey, das hat klappt. Ich war droht. Ich war droht... Ich war droht. Ich war droht dann. Es war der Fall. Du kannst noch weitermachen. Äh, 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 äh... Äh, 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 woanders nicht machen. Aber ich möge das Spiel schon durch, weil wir... Weil wir... Weil wir, das Spiel schon durch hatten. jetzt geht das weg okay gut so okay jetzt müssen wir es nur überlegen oder hin schaffen wenn nicht da können wir noch gucken aber ich glaube ich kann mich nicht erinnern dass wir manche hier benutzt haben nicht in dieser welt ich bin jetzt 100% hier ist mir am schlimmsten ich werde so noch ein bisschen sicher das schlimmste das war das schlimmste schutz was machen ja ein spaß oder ach das ist die zweite gewesen ich habe gar nicht darauf geachtet nein vorsichtig ich bleibe da drauf aber dann der muss unten bleiben ach ich bekomme das einfach oder kommt das von oben es kommt auch von oben deshalb in die nächste schon kommen sagt bescheid jetzt okay ich bin nervös gewesen ich weiß guck wir haben das nicht gut tut mir leid wegen den abbruch durchbruch der absturz mein immer das abgestürzt wir müssen das gerade noch mal machen und es geht einfach mal weiter nicht so ja ja ich habe mir schon gedacht dass du hier durch rennen durch rennen rüchte schafft nee 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 hast du dein netz durch ja okay geschafft und bisher haben jetzt 20 minuten verbraucht würde ich mal jetzt sagen nein genau 20 minuten jetzt und das finden uns noch ein drei münzen wenn man ich hatte ich sagte gleich die zeitgelegen oder so ich habe mich schon jetzt schon drauf wie wir das versuchen wollen aber da aber da schneiden wir das die zeige ich den weg weiß nur ein paar lang da hat man nur nicht aber nichts gesehen dieser welt nur und irgendwelche anderen geräusche wer hat euch das zum lachen gebracht aber mich nicht dass ihr das richtige ich bin ich bin das war glück ich habe mich da frisst ich weiß noch später müsste ganz unten sein ich zeige ich kann dir gleich zeigen wo wir alles hin müssen noch wo die verfickte welt war wo uns münzen gefehlt haben das feld leuchtet auch da wie gesagt wie soll es beim Studio ab und also maria so spielen zu sein wer das habe ich habe nichts davon gesagt wenn du nicht so miserlich ganz sicherlich kann ich kann das so einstellen das ist das bessere willst du kannst du besser und achst du besseren blickwinkel du musst ja einfach gucken wir können einfach dann entscheidend sagen das stimmt das will ich ja ich kann nicht schon garantieren das war nicht dass wir waren nicht da das ist doch ja hier das ist die stelle da haben wir auch noch nicht alle was hier wo ich drei münzen sind drei welten oder einfach so das video das hast du noch auf video ja das immer wieder beweisen ist echt so du kannst immer wieder beweisen was ihr habt noch dabei geredet ja nichts wir müssten sterben kannst du nicht noch mal immer nach hinten okay musst du gehen wir ganz nach links für die jahre ja ich bin dann vielleicht geht's ja okay du wirst nicht schaffen mach einfach kann es sein dass ihr den weg von unten nehmen müssten damit dass der von unten damit das später am schluss da ist wie kann sie fahne weg machen ich war einfach eine andere welt und danach machen wir dann auch die welt da fehlt uns eine da fehlt uns zwei auf die machen das ding auch jetzt weiß ich wieso wir nicht alle müssen hier geholt haben das ist knapp die zweite münze das ist die dritte ich weiß dass die dritte ich weiß dass die davor haben kann ich ja ich sehe schon damit da reinkommen glaube ich muss eine von den lücken da rein heute irgendwie testen ja ich glaube du musst wirklich testen und hier wissen aber ich werde mal sagen muss testen 100 pro muss testen bald mal da ist ein rohr das heißt das sagt auch dass du davon da rauskommen muss da ist nicht du musst recht weiter rechts muss hier testen aber da ist einfach mal echt jetzt vielleicht klein also ich darf träumen ich habe gerade springt jetzt zu beschichten immer mal hier geht's ok ich habe also ich habe es geschnitten aber egal jetzt das ist nicht wichtig ich habe sowieso schon gesehen wie er reinkommen ist dass wir vielleicht die vierte oder dritte aufnahme von sein wird das dritte mal dass er das aufnehmen ohne zu töten ohne zu sterben also nicht an dieser stelle an anderen stelle auch gegen die nicht wir schon sagen die sind in den strecken gegangen muss irgendwie langsam gemerkt haben wie die strecke geht eben am ersten und zweimal habe ich auch alles geschafft wieder warum wir am dritten mal aber nicht weiß ich nicht ist ja auch so dass wir drüber sind recht ich weiß also die haben den bremmer spruch zu viermal gemacht jetzt muss man ja von bremen umgerechtes ist jemand umgerecht ok jetzt muss ich mir kurz kann auch nur noch die beurte ok kleiner katz Jetzt komm, schnell durch. Ich hab von mir das ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Jetzt einfach da unten warten. Jetzt durch. Jetzt da warten. Ich kann eigentlich alles kaputt machen, ist mir so egal. Ja, okay, komm, durch. Ja, endlich auch sechs versuchen. Boah, sechs Versuch. Wenn das jetzt abstört, dann fähig ich dich. Fehler aufgetreten. Fehler aufgetreten. Fehler aufgetreten. Nichts, nicht, kein Fehler, nix Fehler, nix Fehler, nix Fehler, nix Fehler. Vielleicht hab ich vom Code gedrückt und nix. Blub. Blub. Okay, nix Fehler hier. Warte, komm mal da. Eins, guck mal, bin ich mal runter. Hast du davon? Nein, ich war erst mal zu überrasch machen. Ich mach mir so das, okay. Na, nein, was mit dem Schloss? Ja, erst mal machen wir das. Schwerst, okay, das Schwerste dann. Ja. Warte. Was? Ich wollte schneiden. Warum? Okay, komm, zeig mal, ohne, ohne Fels. Hä? Mach. Ich hab noch nie gesagt. Nee, komm, du weißt, jetzt schon, was ich meine. Ich hab's doch nicht auch kratzen können. Ach ja, du musst gleich hoch springen. Das weiß ich. Um mal aufs Ding ranzukommen. Ich hab's doch einiges gemerkt. Ich weiß, das ist auch nicht so schwer gewesen, weil diese, diese Welt haben mir so oft gemacht, deswegen. Schnell holen. Ich hab die Fahne geholt. Ich hab die Fahne geholt. Ich hör' alles, ich bin, du hast mein Respekt, mach weiter. Ich hab echt gedacht, dass du jetzt fällst, ich hab echt gedacht, dass du jetzt fällst, in diesem Moment. Das ist so viel Glück gehabt, das war nicht, das war nicht geplant. Natürlich war alles gerade geplant, mit dem Bauen springst du, dass du es nicht schaffst. Ach so, das ist, ich habe ja Pech, das hat Pech. Aber, dass ich dann mich retten wollte, weil er können, weiß ich mehr, das eine Mal auch. Das war sogar ein Top 1, weiß noch? Also, das ist so. Ich hab' da hab' ich's geschafft und abgefällt oder knapp geschafft. Ich hab's nicht so abrufen, wie lange wir dran gesaßen. Okay, wie ich schon gesagt, du kannst mal sagen, dass du in der Nase kratzt. Nein. Okay. Hol'. Es geht jetzt noch. HHH! Ja, ich bin jetzt. Perfekt, jetzt musst du hoch springen. Oh, hol' dich gerade. Egal. Angst, Angst. HHH. Ja! Muha! Das muss auch passen. Der kann nicht, das wird gleich unterfallen. Weil gleich nochmal rumgeht. Ja ichhehe. Ja ich... Hatte ich dir. Da kommt einer der... Ja der taucht vielleicht irgendwie nicht die Übeln. nochmal start! Seis Dates.